Musik Wer kennt mehr Umschreibungen für den Begriff Torschissen? Ich denke schon, was hat schon. Vier. Fünf? Du weißt nicht mehr als vier. Scheiße, dann hasch ich mich jetzt. Scoren. Goalen. Ins Tor geballert. Jetzt habe ich ja längere Zeit, weil ich... Geklatzelt. Warte, du darfst selbst entscheiden. Und... Gescored, habe ich das schon? Fünf? Das waren vier. Ich habe keinen Hype. Dieses geglatze Hütlose. Ja, okay. Aber das ist ja genau das Prinzip von dem Spiel. Du darfst entscheiden. Ja, ich weiß. Aber ich werde nochmal durchspielen lassen. Ja gut, dann gebe ich mal den ersten Film nochmal neu aufnehmen. Nein. Wer weiß mehr Rhythm-Nummern aus der Mannschaft? Hong-Nuan. Ähm... Acht. 15. 15? Wie viele Spiele haben wir denn? Sag ich... 18. 18 ist gut. 18 ist schon verkehrt. Geh ich schon drüber. Scheiße. Eins, ein Heuer-Fernandes. Zwei, Chamra. Drei, Haya. Vier, Schonlauf. Fünf haben wir nicht. Sechs, Kinso. Sieben, Chakwe. Ähm... Neun, Bobby. Zehn, Sonny. Elf, Kaufmann. Zwölf, Mikkel. 13. 15. Ludovic Reis, 14. 19, Winzheimer. 18, Yatta. 23, Meffert. 41, ich. 40, Leo Oppermann. 44, Vuskovic. Farid Alidu, 48. Wie viele haben wir noch? Ah, Gott. Warte kurz, eine Frage. Ich habe wahrscheinlich gesagt, elf... Kaufmann. ...und zwölf Mikkel. Acht Ton Mikkel. Was haben wir, Alter? Was habe ich für Hunger, Alter? Steh da. Die acht nochmal bei uns. Die hat der Tommy Dolly. Ja, der hat der Tommy Dolly. Wer kennt mehr Superbowlsieger? Fünf. Und das geblufft, oder? Ich habe das geblufft. Ja. Sechs. Sieben. Dann darfst du. Darf ich? Ja. Sieben. Ja. Seattle Seahawks. Arizona Cardinals. New England Patriots. Atlanta Falcons. Nicht? Warte mal, warte mal. Du hast ja irgendwelche Dinge raus. Nein. Das ist der letzte Mannschaft. Tampa Bay, Kansas City. Sowas. War falsch? Nein, dein letzter Punkt war falsch. Also die ersten. Kannst du mal versuchen, oder? Ich will schon auch mitspielen. Ich habe so wenig Ahnung, dass selbst wenn die Mannschaft bös liest, muss ich erst alles so... Muss ich erst mal alles so gucken. Wer kennt mehr U-Bahn-Stationen in Hamburg? Das kann doch nur ein U-Bahn. Mit der Range Rover unterwegs. Fängst du an? Ja. U-Bahn. U-Bahn-Station. Ähm, vier. Trauerspiel. Bei vier schon. Das ist ein Trauerspieler. Echt? Kann schlo sein. Scheiße. Ich habe geblufft, ja. Ich habe gehofft, du sagst fünf und dann habe ich abgegeben. Zweimal ins Spiel. Ähm, Jungfernstieg. Hohe Lüftbrücke. Hauptbahnhof. Neuer Wall. Neuer Wall gibt es nicht? Aber in Ordnung. Die drei hatte ich noch nicht. Ich gehe auf vier. Scheiße. War denn schlecht? Was gibt es denn da noch? Was gibt es denn da noch? Wer kennt mehr Marvel-Filme? Ich höre noch. Du stattdessen. 15. Dann bin ich raus. Ich war bei drei. Tor eins, Tor zwei, Tor drei. Äh, der unglaubliche Hulk. Äh, Avengers Age of Ultron. Hab ich bisschen Zeit? Ähm. Kann ich kurz dagegen kurz sagen? Tor eins, Tor zwei, Tor drei. Aber die Filme haben ja Begriffe. Komm, lass mal durchgehen, komm. Wie meinst du? Soll ich das so nennen? Schiedsrichter. Schiedsrichter. Der Mann da hat Zeit zum Überlegen. Komm, wir schwärzt ein bisschen. Ja, so. Es gibt nicht drei Stück. Darum wäre das eigentlich falsch. Check. Okay. Ist er schon falsch? Ja, es gibt nicht drei Stück auf jeden Fall. Ein Tor geht durch, aber Tor eins, Tor zwei. Dann ist er schon falsch, oder? Da war schon hart oder vorbei. Du bist ein Schiedsrichter. Du kannst doch nochmal überdenken. Also ein Tor würde durchgehen, aber du kannst nicht drei. Ja, also dann sag, geht durch oder nicht durch? Ein Tor geht, also ein Film. Tor kannst du sagen und darauf. Das heißt, kann ich jetzt noch weitermachen? Ja, ja, lass ihn machen meinen Kopf. Ja. Bei wie viel waren wir dann? Ähm, wie viele haben wir jetzt? Tor drei. Ist Tor drei. Also wir fahren wieder vorne, aber Tor eins. Ähm, Guardians of the Galaxy. Black Panther. Ähm. Trotzack. Iron Man. Captain America. Avengers Endgame. Ich weiß nicht, wie man aussieht. Avengers Endgame. Unglaublicher Hulk. Überall. Absolut. War's denn? Was? Was ist denn? Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, Alter. Weißt du? Weißt du, ich kenne die. Bei Iron Man kannst du dann Iron Man 1, Iron Man 2. Ja, dann sag das doch! Was gabst du noch? Alter Spider-Man, ja gut. Bei Tor war Tor und dann zum Beispiel Tag der Entscheidung oder sowas. Spider-Man 1, 2, 3. Spider-Man 1, 2, 3. Wer gab es? Unglaublich, 1, 2 und 3 gab es auch, oder? Ja, das kann was sein. Gut, Maxi hat gewonnen. Glückwunsch. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.